Heute sprechen wir darüber, welchen Zielschnitt du dir selbst für dein Abitur setzen solltest. Willkommen zurück Abitur-Diräten, hier ist Leo, dein Abitur-Coach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und eine Frage, die ich immer wieder bekomme ist, Leo, woher weiß ich denn überhaupt, welchen Zielschnitt, also welchen Traumabiturschnitt ich mir überhaupt setzen soll? Und genau das klären wir jetzt in 5 Punkten in diesem Video. Erstens, nach NC. Das ist vollkommen logisch. Wenn du Psychologie, Medizin, Jura, was auch immer studieren möchtest, dann brauchst du dafür einen ganz klaren NC. Und natürlich sollte, wenn du sowieso weißt, ich möchte Medizin studieren, das dann auch dein Ziel sein. Weil warum sollst du dir weniger setzen, als du brauchst? Das bringt dir gar nichts. Deswegen da aber eine ganz entscheidende Sache, und zwar bitte, 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 ganz genau nachschauen, was du brauchst. Weil das ist eine extrem große Falle, in die viele tappen. Die strengen die ganze Zeit in der Oberstufe nur deswegen an, um diesen NC zu erreichen, um dann zu realisieren, dass sie zum Beispiel eigentlich einen besseren NC gebraucht hätten. Oder es auch anders, viel einfacher gegangen wäre. Ja, deswegen, wenn du zum Beispiel sagst, du willst unbedingt Medizin studieren, anstatt dich so daraus zu verbeißen, Schnitt XY zu erreichen, recherchiere erst nochmal, welche Wege es überhaupt alles zum Medizinstudium gibt. Oder auch, welchen Schnitt du denn wirklich brauchst. Der Erfahrungsthema ist auch, wie das in den letzten Jahren verteilt war. Ich weiß schon, dass das von Jahr zu Jahr auch ein bisschen schwanken kann, und man das nicht vorhersehen kann. Aber du kannst eigentlich sehr klar wissen, okay, was brauche ich, um safe dabei zu sein. Und deswegen bitte, das genauer recherchieren, damit ihr dann wirklich auch auf den Punkt kommt und genau wisst, was ihr zu tun habt. Und zweitens, was könnte möglich sein? Auch das in Bezug auf den NC. Wenn du zum Beispiel noch nicht genau weißt, was du studieren möchtest, aber du schon ein paar so Ideen hast, dann würde ich mir an deiner Stelle einfach anschauen, okay, was sind denn so Möglichkeiten, wo ich mir gut vorstellen könnte. Und dann würde ich einfach davon den besten NC, den du dafür brauchst, nehmen und mich dann auch diesbezüglich anstrengen. Weil, wenn du den nicht erreichst, ist ja nicht so schlimm, das sind ja immer noch die anderen Dinge. Aber wenn du den NC erreichst, kannst du wirklich alle Möglichkeiten offen und kannst du auch die Sachen, wo du einen schlechteren NC bräuchtest oder nur benötigt hättest, auch alle machen. Deswegen dann würde ich einfach mich auf das fokussieren. Drittens, dein eigenes Ziel. Das bedeutet, schau dir einfach an, wie viel Zeit möchtest du investieren. Und dann je nachdem, was deine eigene Priorität ist, von der Schule aus, kann ja auch sein, dass du nebenbei noch andere große Hobbys hast, die extrem wichtig für dein Leben sind. Das ist vielleicht Schule auch gar nicht das Allerwichtigste. Aber wenn die Schule gerade so dein Number One Thing ist, ja, dann überleg dir einfach, welches Ziel bin ich bereit, mir selbst zu setzen. Und dann würde ich mich einfach daran orientieren. Viertens, was pusht dich? Natürlich solltest du dir im dritten Schritt überlegen, okay, wenn NC jetzt überhaupt keine Rolle für dich spielt, was bist du überhaupt bereit zu investieren. Aber setz dir da vor allem auch ein Ziel, was dich wirklich pusht. Weil wenn du sagst, du willst in der Schule gut sein oder auch in Bezug aufs Abi, besser möchte ich einen Schnitt erreichen, nicht für einen NC, sondern vor allem für dich selbst, dann ist es auch wichtig, dass du dir einen Schnitt setzt, wo du dich strecken musst. Ja, wenn du einen Schnitt setzt, wo du weißt, den erreichst du sowieso, dann wirst du in diesem Prozess auch überhaupt nicht wachsen. Das bedeutet, du setzt dir gerne einfach einen Zielschnitt, der nicht übertrieben krass ist für deine Verhältnisse, aber wo du weißt, der ist auch nicht super einfach. Ja, dass du dich wirklich strecken musst, weil dann wirst du auch wirklich wachsen und das wird dir auch dann für dein Leben einfach extrem viel weiterbringen. Und fünftens, einfach nur dein Bestes geben. Das ist quasi die allerletzte Möglichkeit, wenn du sagst, naja, so NC spielt für mich sowieso keine Rolle und auch ein Ziel will ich mir eigentlich nicht setzen, keine Ahnung, habe ich einfach nicht so Bock drauf. Dann würde ich dir einfach empfehlen, gib einfach dein Bestes, ja, du kannst auch sagen, du hast keinen Bock auf Abi, dann kannst du auch einfach chillen so. Aber wenn du sagst, du bist schon anstrengend, aber du bist weder ein NC noch ein Ziel und sonst was, dann ist es in meinen Augen auch vollkommen legitim zu sagen, ich setze mir überhaupt keinen Zielschnitt, ja, sondern ich gebe einfach nur mein Bestes, ich habe Spaß, ich versuche mich einfach nur zu bemühen und dann schaue ich einfach, was am Ende dabei rauskommt. Ja, das heißt, nur weil jetzt hier auf YouTube öfter gepredigt wird, vielleicht irgendwie, dass man sich einen Zielschnitt setzen soll, muss das nicht jeder machen. Wenn du weder ein NC noch ein irgendwie ambitioniertes Ziel verfolgen willst, dann ist es auch vollkommen okay, wenn du einfach nur Gas gibst und nicht halt freust, einfach dein Bestes gibst und einfach, wenn du rausschaust, was bei rumkommt, dann meistens Leute auch den größten Erfolg damit und vor allem sind sie wesentlich glücklicher. Deswegen mach das auch gerne so und lass dich nicht verunsichern, hör einfach auf dich, was für dich richtig ist und dann geh da einfach deinen Weg, denn auf diesem Weg werde ich definitiv an dich glauben. Wir beide hören uns im nächsten Video, dein Leo.